Hallo und willkommen zu einem Video aus unserer Reihe zum neuen Beleg- und Vergabeverfahren. In diesem Video geht es darum, wie ihr Veranstaltungswünsche in StudiPort eintragen könnt. Bevor wir uns jedoch das anschauen, möchte ich vorab kurz auf drei Dinge hinweisen, die einem erfolgreichen Belegverfahren oft entgegenstehen. Und zwar solltet ihr euch vor der Belegung folgende drei Fragen mit Ja beantworten. Das erste, seid ihr eingeschrieben im aktuellen Semester. Also entweder ordentlich rückgemeldet schon oder wenn ihr ganz neu an der Uni seid, habt ihr eure Immatrikulationsunterlagen bekommen. Das zweite ist, habt ihr gültige Zugangsdaten für StudiPort. Checkt es vorher, loggt euch mal ein, ob ihr hier alles sehen könnt, auch in den Belegungsbaum, den ich euch gleich zeigen werde. Ein Hinweis für alle, die sich neu immatrikuliert haben. Hier bei der Bewerbungsphase habt ihr Zugangsdaten bekommen, um euren Bewerberstatus abzufragen. Diese Zugangsdaten, die sind nicht länger gültig, beziehungsweise dort kommt ihr nicht auf die richtigen Funktionen, die ihr braucht. Mit den Immatrikulationsunterlagen habt ihr neue Zugangsdaten bekommen und die braucht ihr, um jetzt hier die Belegungen durchführen zu können. Ja, und das letzte ist, ihr solltet euch vorher einen Plan machen, welche Veranstaltungen ihr eigentlich belegen wollt, dass ihr euch später im StudiPort besser zurecht findet. Wenn ihr die drei Fragen mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr gut gerüstet für das Belegverfahren und was ihr da im StudiPort zu tun habt, das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Ich melde mich mal als Student hier in StudiPort an. So, und genau wie ihr das auch sehen werdet, bin ich hier schon in der Menüfunktion Meine Funktionen. Das sind die Funktionen, die ihr braucht, um euer ganzes Studium zu verwalten. Für die Veranstaltungsbelegung, die meistens werden sie ja schon kennen, ist der Link Prüfungsverwaltung zuständig. Da klicken wir drauf und jetzt werden die alten Hasen unter euch vielleicht schon eine Änderung merken. Wir haben jetzt zwei Links, Prüfungen anmelden und Veranstaltungen belegen. In den Semestern davor gab es immer nur einen Link, Prüfungen anmelden, Veranstaltungen belegen. Da war das Ganze in einem Belegbaum zusammengemixt. Das ist von jetzt an immer getrennt. Veranstaltungen belegen, also Plätze in Vorlesungen ist etwas komplett anderes als Prüfungen anmelden und wird in Zukunft jetzt auch über diesen beiden Links getrennt zugänglich sein. Wir schauen uns jetzt die Veranstaltungsbelegung an. Ich klicke dadurch drauf. Dann kommt ihr auf eine Seite, die ihr bestätigen müsst. Dort ist zum Beispiel eine Mitteilung jetzt zum neuen Semester von der Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Schaut euch das ruhig mal an. Beim neuen Belegverfahren habt ihr genug Zeit, das zu tun. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr auf Bedingungen akzeptieren und klickt weiter und kommt jetzt zum eigentlichen Belegbaum. Was ihr hier seht, das wird jetzt von Student zu Student unterschiedlich sein. Das kommt ganz darauf an, in welchem Studiengang ihr eingeschrieben seid. Was für alle aber gleich ist, ist das, was ihr hier seht, ist ein Abbild der Struktur eurer Prüfungsordnung und eurer Modulkataloge. Und es macht Sinn, sich das einmal klar zu machen, anhand der Prüfungsordnung und der Modulkataloge sich hier durch diese Links mal durchzuklicken und zu sehen, dass das wirklich der Fall ist. Mein Student hier zum Beispiel ist im Bachelor Bildungswissenschaften eingeschrieben, in den Fächern Deutsch und Musik und Pädagogik. Und in diesem Studiengang ist es so, dass im fünften und sechsten Semester ein Spezialisierungsbereich zu absolvieren ist. Das sind so diese vier Ebenen, die wir hier als erstes sehen. Wenn ich dann zum Beispiel mal auf Deutsch gehe, dann kann ich mich hier durch die einzelnen Module, hier jetzt in diesem Fall die Module der ersten vier Semester durchklicken, die ihr so genau im Modulkatalog findet. Wenn ich dann auf den Modul zum Beispiel klicke hier, dann komme ich in die nächste Ebene, die Ebene der Teilmodule. Auch wieder genau ein Abbild eurer Modulkataloge. Gut, was seht ihr hier noch? Ihr seht, dass ihr jetzt einen Link habt, euren persönlichen Stundenplan aufrufen. Der wird die ganze Zeit während der Belegphase für euch aufrufbar sein. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, sieht man noch nicht allzu viel. Klar, wir haben noch keine Belegung gemacht, er ist noch leer, aber den werden wir jetzt Schritt für Schritt während der Belegphase füllen. Ich gehe wieder zurück zu meinen Belegungen und ich möchte euch jetzt anhand von drei Beispielen einfach mal so typische Situationen zeigen, die euch während der Belegphase wahrscheinlich unterkommen werden. Das erste ist im Fach Musik. Da habe ich mal was vorbereitet. Wenn ihr auf der Moduleebene anklickt, dann kommt ihr in der nächsten Ebene immer auf die Ebene der Teilmodule. Und wenn ihr auf so ein Teilmodul klickt, dann seht ihr darunter, welche Lehrveranstaltungen in diesem Semester für dieses Teilmodul angeboten werden. Wenn ich das mal hier in der Musikwissenschaft, historische Entwicklung mache, dann seht ihr, dass darunter eine Veranstaltung aufgeht. In diesem Teilmodul wird eine Veranstaltung angeboten. Wenn ich diese Veranstaltung jetzt belegen möchte, dann findet ihr vor dem Teilmodul einen Icon. Und wenn ihr auf diesen Icon klickt, kommt ihr auf die eigentliche Belegseite. Das mache ich mal. So, und diese Belegseite ist jetzt auch in allen Fällen eigentlich immer gleich aufgebaut. In der ersten Ebene seht ihr immer, für welches Teilmodul ihr gerade eine Belegung machen möchtet. Hier seht ihr zum Beispiel Auswahl eins aus eins. Das bedeutet, hier müsst ihr eine Veranstaltung aus einer Veranstaltung wählen. Es wird nur eine Veranstaltung angeboten. Wir sehen, wir werden in den anderen, etwas komplexeren Beispielen dann sehen, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt. In der nächsten Ebene seht ihr die Veranstaltung. Da steht jetzt hier so ein Priorität eins. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich im nächsten Beispiel noch klarer sehen. In der noch einer Ebene drunter ist dann die Ebene der Termine. Dort habt ihr jetzt eine Termingruppe angeboten. Hier Platz belegen. Wenn ihr diesen Platz haben wollt, dann klickt ihr auf Belegen. Schließt das Ganze mit Platz belegen ab. Seht ihr unten in der Mitteilung, sie haben sich in der Gruppe 1 der Veranstaltungen so und so und so erfolgreich angemeldet und könnt zurückgehend zu weiteren Module an- und abmelden. Das Ganze können wir uns im Stundenplan auch nochmal anschauen. Jetzt sehen wir, dass wir hier für diese Veranstaltung für diesen Termin eine Eintragung haben. Ich sage es gleich vorab. Das bedeutet noch nicht, dass ihr diesen Platz habt. Das entscheidet sich immer erst im Vergabeverfahren. Die Eintragung, die ihr gerade gemacht habt, bedeutet, dass ihr diesen Platz gerne haben würdet. Dann schauen wir uns mal das nächste komplexere Beispiel an. Dazu gehen wir mal zum Fach Deutsch und schauen uns dort mal im Modul Aufbau Sprachwissenschaft das erste Teilmodul an. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich welche Veranstaltungen. Dann sehen wir, okay, jetzt sind es schon zwei Veranstaltungen, aus denen ich auswählen kann. Ich klicke wieder auf das Icon vor dem Teilmodul. Wir kommen wieder zu der Auswahlseite, zu der Belegseite und auf der ersten Ebene des Teilmoduls sehe ich jetzt Auswahl 1 aus 2. Ich muss also eine Veranstaltung aus diesen 2 auswählen. Auf der zweiten Ebene, das sind meine Veranstaltungen, habe ich jetzt plötzlich auch eine Eingabemöglichkeit. Nach Priorität bekomme ich so ein Dropdown-Menü und da seht ihr jetzt 1 oder 2 oder gar nichts. Aus denen könnt ihr auswählen und das sind nun die Prioritäten, die ihr angeben könnt. Ihr werdet in diesem Teilmodul nur eine Veranstaltung zugewiesen bekommen, also maximal eine. Und jetzt könnt ihr steuern, welche ihr haben wollt. Ich will die erste Veranstaltung zum Beispiel, die gefällt mir weniger gut. Da vergebe ich mal die Priorität 2. Das ist die schlechtere Priorität. Und bei der zweiten Veranstaltung, die hätte ich lieber. Hier vergebe ich die Priorität 1. Wir haben bei beiden Veranstaltungen auf der nächsten Ebene, Ebene der Termine, wieder nur eine Auswahlmöglichkeit, nur eine Gruppe. Auch auf dieser Ebene muss ich aber sagen, jawohl, ich will diesen Termin. Vergesst also bitte diese Häkchen nicht. Ihr müsst auf allen Ebenen hier tatsächlich die Eingaben immer machen. Ansonsten wird eure Buchung nicht richtig abgespeichert und ihr werdet keinen Platz bekommen. Gut. An dieser Stelle möchte ich kurz erklären, wie das mit diesen Prioritäten, wie das eigentlich zusammenhängt. Also zunächst einmal, dass ihr hier genau zwei Prioritäten angeboten bekommt, hängt damit zusammen, dass es zwei Veranstaltungen sind. Hätten wir jetzt drei Veranstaltungen, würden euch sogar drei Prioritäten angeboten. Das sehen wir gleich noch. Und das hat nun Auswirkungen auf das Vergabeverfahren dann. Was wird im Vergabeverfahren passieren? Wenn dieses Teilmodul vergeben wird, diese Plätze in diesem Teilmodul vergeben werden, passiert Folgendes. Es wird eine Reihenfolge dieser Veranstaltungen festgelegt. Das ist zufällig. Aber gehen wir einfach mal davon aus, es ist jetzt genau die Reihenfolge, die wir hier haben. Die erste Veranstaltung und die zweite. Und dann würde dieser Algorithmus sich zuerst diese Veranstaltung anschauen, Jugendsprache als Gegenstand, Punkt, Punkt, Punkt. Und würde sich jetzt alle Studierenden anschauen, die hier Priorität 1 angegeben haben. Und unter diesen Studenten würden dann die Plätze, die vorhandenen Plätze verlost werden. In dieser ersten Runde wäre ich mit dieser Veranstaltung also gar nicht im Lostopf. Wenn alle Studenten Platz bekommen haben oder keine Plätze mehr frei sind, würde der Algorithmus dann zur nächsten Veranstaltung springen. Und würde sich hier alle anschauen, die Priorität 1 angegeben haben. Jetzt wäre ich mit im Lostopf und mit ein bisschen Glück würde ich hier jetzt einen Platz in der Veranstaltung meiner höchsten Priorität bekommen. Wenn das gemacht ist, dann springt der Algorithmus wieder zurück zur ersten Veranstaltung und würde sich jetzt alle Studenten anschauen, die erstens noch keinen Platz haben und zweitens hier Priorität 2 angegeben haben. Wenn ich also bei der ersten Auswahl hier in meiner Priorität 1 keinen Platz bekommen hätte, dann wäre ich jetzt in dieser Veranstaltung mit im Topf für Priorität 2 und würde hier jetzt vielleicht einen Platz ergattern. Das nur ganz kurz, wie der Algorithmus läuft, wie der Vergabealgorithmus läuft, dass ihr überlegen könnt, welche Prioritäten ihr abgeben wollt. Mehr dazu zu dem Vergabealgorithmus gibt es in einem eigenen Video bzw. auf den Webseiten zum neuen Belegverfahren. Gut, auch hier schließe ich jetzt mal die Belegung ab. Ich bekomme wieder die Meldung, dass ich mich erfolgreich angemeldet habe. Ich gehe zurück zu weiteren Module anmelden. Wenn ich mir das wieder in meinem Stundenplan anschaue, sehe ich, dass jetzt hier zwei neue Eintragungen hinzugekommen sind. Eine Veranstaltung habe ich mit der, das war meine Lieblingsveranstaltung, die habe ich mit Priorität 1 gewählt. Hier ist sie oben angegeben. Die andere Veranstaltung habe ich mit Priorität 2 angegeben. Das wird mir hier auch angezeigt. Gut, dann vielleicht noch zum Dritten, was ich hier zeigen will. Wir machen es noch ein bisschen komplexer. Dazu gehen wir mal in das Modul Einführung des Niederdeutsche. Da sehen wir jetzt, hier werden vier Veranstaltungen angeboten. Und wenn ich wieder auf den Button zum Belegen klicke, dann sehe ich, kann man jetzt fast schon erwarten, auf der obersten Ebene Auswahl 1 aus 4. Also eine Veranstaltung von diesen vier Angebotenen kann ich auswählen. Dementsprechend auf der nächsten Priorität in den Veranstaltungen sehe ich, dass mir jetzt tatsächlich vier Prioritäten angeboten werden. Ich sage mal, die erste Veranstaltung ist meine Lieblingsveranstaltung, nehme ich als Priorität 2. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, was ist mit den anderen Prioritäten? Wie oft kann ich die angeben? Beziehungsweise sollte ich erst mal sagen, die Priorität 1 kann man immer nur einmal vergeben. Aber alle anderen Prioritäten, darauf wollte ich eigentlich hinaus, alle anderen Prioritäten könnt ihr so oft vergeben, wie ihr wollt. Ich kann also zum Beispiel, Einführung in das Niederdeutsche B und Einführung in das Niederdeutsche NC, gebe ich beide Priorität 2 an. Ich will nur eine von den beiden haben. Und Einführung in das Niederdeutsche D, da passt mir der Termin überhaupt nicht und da habe ich sowieso was anderes vor. Also dem gebe ich mal lieber die Priorität 3. Dabei solltet ihr natürlich bedenken, wie ich vorhin erzählt habe, jede Priorität schlechter bedeutet, dass der ganze Vergabealgorithmus einmal durch alle Veranstaltungen durchgeht und jeweils an eine bestimmte Gruppe Studierende Plätze verteilt. Gut, dann wieder nicht vergessen, auf der nächsten Ebene, der Ebene der Termine, auch Eintragungen zu machen. Und jetzt haben wir die nächste Komplexitätsstufe, sage ich mal, auch auf Ebene der Termine, kann es mehrere Möglichkeiten geben. Hier in der ersten Veranstaltung zum Beispiel haben wir zwei Termingruppen. Diese Veranstaltung wird also alternativ an zwei Terminen angeboten. Und damit kann ich hier jetzt auch Prioritäten angeben, weil es zwei Gruppen sind. Auch hier wieder zwei Möglichkeiten, die ich dementsprechend dann auswählen möchte. Es ist auch immer möglich, eine Priorität einfach nicht anzugeben. Einfach leer zu lassen, sowohl bei den Veranstaltungen als auch bei den Terminen. Das bedeutet dann einfach, dass ihr für diese Veranstaltung oder diese Termingruppe nicht in die Lostöpfe kommt. Also die wird euch dann einfach definitiv nicht zugeteilt. Gut, ich schließe auch hier mal die Belegung ab, indem ich noch die restlichen notwendigen Eintragungen auf der Terminebene mache. Gehe auf Platz belegen, bekomme wieder meine Meldungen, dass ich mich erfolgreich angemeldet habe. Gehe zurück zur Übersicht. Wenn ich das Ganze jetzt wieder im Stundenplan aufrufe, sind dementsprechend mehr Veranstaltungen dazugekommen. Und ich kann jeweils ablesen, mit welchen Prioritäten ich die dort gewählt habe. So läuft die Belegphase, in der ihr die Veranstaltungswünsche eintragen könnt, ab. Das macht ihr mit eurem Plan, den ihr ja vorher zurechtgelegt habt. Geht das einmal durch, von vorne bis hinten, bis ihr alles abgearbeitet habt. Und dann, wenn ihr das abgeschlossen habt, seid ihr eigentlich in dieser Belegphase fertig. Um das Ganze nochmal zu kontrollieren, ist es sinnvoll, vielleicht ein bisschen zu warten, vielleicht auch erst am nächsten Tag das zu machen und dann auf die Funktionalität Meine Belegungen zu gehen. Dort findet ihr nochmal eine Übersicht. Alle Teilmodule, in denen ihr Veranstaltungen belegt habt, bekommt ihr nochmal aufgelistet, welche Veranstaltung ihr mit welchen Prioritäten ihr gewählt habt. Geht das nochmal sehr sorgfältig durch. Das, was hier steht, ist genau das, was hinterher in die Vergabephase eingehen wird. Ganz oben auf dieser Seite findet ihr Informationen zur Belegungsstatistik. Das ist am Anfang für euch noch alles leer. Dort werdet ihr Nachrichten bekommen, beziehungsweise eine Auflistung bekommen nach der Vergabephase. Wie viele Zulassungen ihr mit welcher Priorität bekommen habt. Und auch Informationen darüber, welche Ablehnungen, aus welchen Gründen vielleicht die Ablehnung da war. Zum Beispiel, weil einfach keine Plätze mehr frei waren in den Veranstaltungen, die ihr haben wollt. Oder weil es Terminüberschneidungen gab. In der Vergabe wird nicht nur geprüft, sind noch Plätze in der Veranstaltung frei, sondern auch passt der Termin, den ihr euch da ausgewählt habt, passt der noch in euren Stundenplan. Wenn ihr schon eine andere Veranstaltung zugewiesen bekommen habt, die sich mit dem neuen Termin, den ihr haben wollt, überschneidet, wird auch diese Anfrage abgelehnt. Der Stundenplan, den ihr rausbekommt nach der Veranstaltung, der ist also überschneidungsfrei. Kann dafür aber natürlich so sein oder es fallen natürlich alle Überschneidungen raus, die ihr vielleicht ganz bewusst haben wollt. Um das dann auszugleichen, um Veranstaltungen auch buchen zu können, die sich überschneiden, das könnt ihr in der Restplatzvergabe, die sich an das Vergabeverfahren anschließen wird. Dort könnt ihr beliebig umbuchen, also euren Stundenplan beliebig nochmal neu kreieren, mit den Plätzen natürlich, die dann noch da sind. Und diese Restplatzvergabe, die wird wie gewohnt im Windhundverfahren dann ablaufen. Ja, das soll es hier gewesen sein mit meiner kurzen Einführung in StudiPort, was ihr zu tun habt. Als letztes nochmal ein Hinweis auf unsere Webseite zum neuen Beleg- und Vergabeverfahren www.uni-flensburg.de Dort findet ihr weitere Informationen, zum Beispiel mehr Informationen zum Vergabe-Algorithmus. Vor allen Dingen aber auch findet ihr die aktuellen Termine, wann die Belegungen losgehen, wann ihr die Eintragungen in StudiPort machen könnt und auch wann ihr genau mit eurem Restplatzvergabeverfahren an der Reihe seid. Das war es für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.